Moin Moin, hier ist wieder euer Robin für euch. Ja, 5 Uhr am Montagmorgen. Ich möchte mich erstmal bedanken. Gestern am 17.11. hatte ich Geburtstag. Dankeschön dafür. Mein Papa war zu Besuch und habe ein bisschen Cordon Bleu vorbeigebracht. Das möchte ich mir gerne jetzt zubereiten für die Arbeit. Ich habe mir jetzt vorgenommen. Schöne kleine Streifen. Ein bisschen Fingerfood. So, da haben wir die ersten. Machen wir die zweiten auch sofort. Habe ich nämlich bei Onkel George gelernt. Das sieht nämlich auch immer Schnitzelfälle aus. Mache ich nämlich einmal quer. Zack. Hier einmal quer. So, einmal hochkalt. Zack, zack, zack. So sieht es nämlich aus. Wenn ihr jetzt mal guckt. Das sind jetzt alles hier potionsgerechte Größen. Kann ich mir quasi hier wieder in die Butterbutzel packen. Habe jetzt ein bisschen Fingerfood. Schmeckt auch um 5 Uhr morgens. Die Dosen fertig. Dazu nehme ich ein normales Tröpfchen mit. Ein bisschen Vitamine. So, zack, haben wir fertig. Ich weiß nicht, geht mich zwar gerade nicht gut, aber jetzt werde ich nochmal fertig gemacht und dann geht es um 10.6 Richtung Bahn. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Euer RobbenTV.